Und wiewohl viel falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch keins. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah er ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren. Als er aber auch mit dem Jesu von Nazareth und er leugnete abermals und schwur dazu, ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus. Da hult er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne des Menschen nicht. Und als bei Kräte der Hand. Da dachte Petrus an die Worte Jesu. Da er zu ihm sagte, jeder Hand krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ging heraus und war. Das war's. 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 Amen. 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 Amen.